Hohe Geistlichkeit, Herr Landesrat, liebe Raiffeisen-Familie, liebe Kolleginnen und Kollegen aus der Politik, werte Ehrengäste, ich freue mich, dass ich als Bürgermeister wieder einmal hier sein darf zur Erntedankzeit, wenn Raiffeisenverband sich hier trifft und seinen Tag abhält. Ich möchte Sie ganz, ganz herzlich begrüßen als Persönlichkeiten, als Steirerinnen und Steirer, die noch von echtem Schrot und Korn sind, also aufrecht, verlässlich, mit unverfälschten Charakter. Ich muss gestehen, dass ich diesen Vergleich heute ganz bewusst gewählt habe, weil ich war immer der Meinung, dass diese Redensort der Landwirtschaft entnommen sei. Aber diese Grußworte, die wir jeden Tag überbringen dürfen, dort oder da, sind auch immer wieder Gelegenheit für uns, die wir sie halten, ein bisschen was dazuzulernen. Und jetzt bin ich auf die Suche gegangen, habe mir gedacht, wo kommt denn das her mit echtem Schrot und Korn? Als Schrot wurde früher das zur Münzprägung vom Metallbahn abgeschnittene Stück bezeichnet, das genau dem Gewicht der Münze entsprach. Korn war die Maßeinheit, mit der das Gewicht des Edelmetalls gemessen wurde. Die Münze war echt, wenn Schrot und Korn übereinstimmten. Nachdem ich also jetzt bezüglich dieser Redensart eines Besseren belehrt wurde, ist sie mir allerdings noch passender für den Raiffeisenverband vorgekommen, denn neben dem landwirtschaftlichen Schrot und Korn hat es halt auch ein bisschen immer mit dem lieben Geld zu tun. Und ich freue mich, dass Sie sich hier wieder in Graz, in der Messehalle, im Messebereich treffen, weil es geht eben bei Ihnen immer darum, gut zu kooperieren, um das Ziel des Verbandes und der Genossenschaft auch nicht aus den Augen zu verlieren. Dazu gehört auch immer wieder Innovation, die im ländlichen Bereich, und da habe ich den Herrn Präsidenten und den Herrn Landesrat vorher schon um Entschuldigung gebeten, auf volkstümliche Weise unter die Mitglieder gebracht wird. So heißt es zum Beispiel in der Landwirtschaft, ist die Viehzucht aufgegeben, heißt es von Touristen leben. Aber das bringt es ziemlich auf den Punkt, man muss die Innovation leben, man muss umdenken. Neudenken. Ich habe jetzt auch gerade in Graz ein großes Hearing vor mir, 210.000 Menschen sitzen in der Jury, und ich habe den Slogan gewählt, Graz Neudenken, einfach handeln. Und das ist es, worauf es jetzt auch in Zukunft angeht. Ich glaube, wir müssen alles neu denken, und ich freue mich sehr, dass das, was wir auch das letzte Mal hier diskutiert haben, heute schon durch den Eingangsfilm von Seiten des Raiffeisenverbandes ganz, ganz klar gemacht wird. Es geht darum, das einzuhalten, was der Professor Kraus mir vor 25 Jahren als Betriebswirt auf der Universität mitgegeben hat. Er hat bei einer Vorlesung gesagt, diese Welt wird sich erst ändern, diese Welt wird sich erst ändern, wenn wir Betriebswirte die Ziele neu definieren. Und ich sehe schon aufgrund dieses Filmes, dass sie diese Weichenstellung extrem vorgenommen haben, dass sie es auch immer gelebt haben, und dass wir alle unseren Anteil daran haben müssen, die Welt zu verändern. Und auch in dem, was ich den Menschen jetzt wieder erzähle, was ich vorhabe in den nächsten Jahren, geht es um drei Bereiche. Einmal das, was die Politik tun kann, aber das ist gar nicht so viel, wie sich manche erwarten. Das, was die Wirtschaft tun kann und das, was jeder Einzelne eben tun kann. Ich wünsche dem Verbandstag heute wieder alles Gute. Vergesst uns auch nicht auf die menschlichen Begegnungen, neben all den Ritualen, die auch ein Verbandstag mit sich bringt. Ein paar Zahlen vielleicht noch von Graz. Wir haben täglich 420.000 Menschen als Tagesanwesende in der Stadt. Wir haben selbst schon 70 Betriebe, und diese 70 Betriebe haben 7.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir haben 55.000 Studierende und fast 50.000 Kinder an unseren Schulen. Fahrt wird es mir sicherlich nicht, aber ich will das auch nur einmal aufzeigen, weil es uns auch gelungen ist, in den letzten zehn Jahren mit vielen Strukturreformen und Veränderungen so weit zu kommen, dass wir das dritte Jahr in Folge, auch im heurigen Jahr, einen positiven Rechnungsabschluss haben, und zwar konsolidiert betrachtet mit allen unseren Betrieben. Ihnen weiterhin viel Erfolg, alles Gute. Ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr wieder.